Das war der Anstoß, die DFB-Auswahl hat diese Spiele eröffnet. Vielleicht die Führung jetzt. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Ist da gut hingehechtet. Hat genau den richtigen... Kai Havertz. Der Versuch aus der Distanz, das war knapp. Da das Tor... Ball läuft gut. Reus. Nein, der geht nicht rein. Das war knapp. Da hätten sie um ein Haar das Tor gemacht. Das wäre es natürlich gewesen. Da fasst er sich in Herz, zieht an. Sie versuchen es aus der Entfernung, aber wir sehen es ja. Ja, da kommt kaum Tor gebraucht. Ist natürlich auch nicht leicht, so ein Ball. Emre Can. Oh, da ist er durch. So, da ist die Führung. Absolut verdient, oder? Ja, das machen sie gut. Setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Guter Versuch. Also, wenn Sie die Dinger nicht reinmachen, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn hier die Geschichte vielleicht sogar noch mal kippt. Ja, kann man so. Take care. Ja, ich bin ein Bedeut. Ich bin ein Bedeut. Und jetzt muss ich in der Reihe-Bedeut. Ich bin ein Bedeut. Ja, geht mit.